Die UN-Klimakonferenz Klimagipfel oder Weltklimakonferenz ist die jährliche stattfindende Vertragsstaaten-Konferenz der UN-Klimarahmenkonvention. Seit 2005 ist die Konferenz um das Treffen der Mitglieder des Kyoto-Protokolls ergänzt worden. Ziel der Klimakonferenzen war bislang, ein Nachfolgeregime für das 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll zu entwickeln. Dies ist bislang das einzige völkerrechtlich verbindliche Instrument der Klimaschutzpolitik. Im Kyoto-Protokoll selbst sind nur vergleichsweise geringe Verpflichtungen der Industrieländer zur Reduktion ihres Ausstoßes an Treibhausgasen festgeschrieben. Auf der UN-Klimakonferenz in Dörben wurde beschlossen, dass das Kyoto-Protokoll zunächst ab 1. Januar 2013 mit einer zweiten Verpflichtungsperiode verlängert werden soll. Reduktionsziele und Dauer der zweiten Verpflichtungsperiode sollten auf der 18. UN-Klimakonferenz in Katar 2012 festgelegt werden. Eine globale Post-Kioto-Regelung, an die viele nach dem Scheitern der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 nicht mehr glaubten, soll nach den Beschlüssen von Dörben bis zum Jahr 2015 erarbeitet und auf der 21. UN-Klimakonferenz in Paris beschlossen werden. Der Vertrag soll ab 2020 in Kraft treten. 1995 Berlin Die erste UN-Klimakonferenz fand vom 28. März bis 7. April 1995 in Berlin statt. Auf dieser Vertragsstaatenkonferenz zur Klimarahmenkonvention, der sogenannten COP I, einigten sich die teilnehmenden Staaten auf das Berliner Mandat. Dieses Mandat umfasste die Einrichtung einer formellen Ad-Hoc-Gruppe zum Berliner Mandat. Diese Arbeitsgruppe hatte die Aufgabe, zwischen den jährlich stattfindenden Klimakonferenzen ein Protokoll oder ein anderes rechtlich verbindliches Instrument auszuarbeiten, das feste Reduktionsziele und einen Zeitrahmen zu ihrer Erreichung beinhalten sollte. Im Sinne des in der Klimarahmenkonvention festgeschriebenen Grundsatzes der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten wurden Schwellen- und Entwicklungsländer bereits zu diesem Zeitpunkt von verbindlichen Reduktionen ausgeklammert. Außerdem wurden die Nebenorgane Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice für wissenschaftliche und technische Fragen und Subsidiary Body vor Implementation für Fragen zur Umsetzung begründet sowie Bonn als Sitz des Klimasekretariats festgelegt. Die damalige Bundesumweltministerin Angela Merkel hatte maßgeblichen Anteil an dem weitgehenden Versprechen seitens der deutschen Delegation, sich frühzeitig auf den größten einzelnen Beitrag zur Treibhausgasreduktion unter allen Industriestaaten zu verpflichten. Diese frühzeitige Verpflichtung wird als ein entscheidender Faktor angesehen, weshalb einer rechtlich verbindlichen Emissionsreduktion zunächst ablehnend gegenüberstehende Staaten bis 1997 doch noch ins Boot geholt werden. Konten 1996 Genf Im Vorfeld der zweiten Konferenz der Vertragsstaaten im Juli 1996 in Genf hatte die eingerichtete Arbeitsgruppe zum Berliner Mandat unter dem Vorsitz des Argentiniers Raul Estrada Oyuela bereits drei vorbereitende Sitzungen abgehalten. In Genf selbst fand zeitgleich mit der COP2 die vierte Sitzung statt. Die anwesenden Minister und andere Verhandlungsführer einigten sich nach einem komplizierten Abstimmungsprozess auf die Genfer Ministerielle. Deklaration Darin wurden die Schlussfolgerungen aus dem 1995 fertiggestellten zweiten IPCC-Sachstandsbericht zur wissenschaftlichen Grundlage für den weiteren Prozess der internationalen Klimaschutzpolitik gemacht sowie die anstehende Ausarbeitung einer rechtlich verbindlichen Regelung zur Reduktion von Treibhausgasen bekräftigt. Auf der Berliner Konferenz noch offen zu Tage getretene Widerstände seitens der USA, Kanadas, Australiens und besonders der OPEC-Staaten gegen ausdrückliche Reduktionsziele konnten damit überwunden werden. 2005 Montreal Das elfte Treffen der 189 Vertragsstaaten des Abkommens fand vom 28. November bis zum 9. Dezember 2005 im kanadischen Montreal mit etwa 10.000 Teilnehmern statt. Begleitet wurde dieses durch das erstmalige Treffen der Vertragsstaaten des bei der COP3 im japanischen Kyoto verabschiedeten Kyoto-Protokolls, das infolge der Ratifikation durch Russland am 16. Februar 2005 in Kraft getreten war. Ziel war es, über die Umsetzung des in Japan geschlossenen Vertrages zu beraten und ihn durchzusetzen. Die Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention hatten 1997 vereinbart, von 2008 bis 2012 die Emissionen der sechs Treibhausgase, Kohlendioxid, Methan, Distickstoffoxid, Teilhalogenierte Fluor-Kohlenwasserstoffe, Perfluorierte Kohlenwasserstoffe und Schwefelhexafluorid um durchschnittlich 5,2% im Vergleich zu 1990 zu senken. CMP steht offenbar für Conference of Other Parties Serving as a Meeting of Other Parties to a Kyoto Protocol. 2006 Nairobi Auf der UN-Klimakonferenz in Nairobi 2006 sollten zwei große Themenblöcke diskutiert werden. 1. Wie werden die Verhandlungen für das Post-2012-Klimaregime strukturiert? Und 2. Welches Handlungspaket für Entwicklungsländer kann beschlossen werden, dass der Anpassung an die Folgen des Klimawandels, der Nutzung des Clean Development Mechanism und dem Technologietransfer dient? In Nairobi hat sich nach Auffassung vieler Beobachter gezeigt, dass es für grundlegende Verhandlungsfortschritte nicht ausreicht, wenn Umweltminister oder darunter anzusiedelnde Delegierte verhandeln, da diese meist keine ausreichende Entscheidungsbefugnis haben. Eine der Hauptforderungen von Klimaschützern nach Nairobi war es daher, dass nun die Staats- und Regierungschefs den Prozess vorantreiben sollten. 2007 Bali Die UN-Klimakonferenz auf Bali 2007 sollte vor allem das weitere Vorgehen auf dem Weg zu einem Kyoto-Nachfolgeabkommen abstecken. Die langwierigen Verhandlungen drohten bis zuletzt an der fehlenden Kompromissbereitschaft der USA zu scheitern, die sich nicht auf verbindliche Zielmarken einlassen will, sondern auf freiwillige Selbstverpflichtung und die Innovationskraft der Wirtschaft setzt. Dass trotz dieser schwierigen Ausgangskonstellation ein großer Schritt in Richtung der gemeinsamen Klimaschutzbestrebungen gelingen konnte, ist in erster Linie der Solidarisierung Europas mit den schwellenden Ländern zu verdanken. Die Teilnahme der G77-Staaten wurde mit einem umfangreichen Technologietransfer aus Europa verbunden. Europa soll das technische Know-how liefern. Um damit wirtschaftliches Wachstum und einhergehenden Klimaschutz auch in den G77-Staaten zu ermöglichen. Durch diesen Verhandlungsschritt gelang es den G77-Staaten und Europa, die USA in der Verhandlung vollkommen zu isolieren, eine Position, in der ein Nicht-Einlenken die Beziehung zur Weltgemeinschaft wohl nachhaltig beschädigt hätte. Sie verzichteten auf ihre Veto-Stimme. Hoffnungen auf ein weiteres Einlenken der USA nach einem Regierungswechsel erfüllten sich nicht. Verhandlungsergebnisse Die Verhandlungsphase für den Kyoto-Nachfolgevertrag wurde auf drei Jahre festgelegt und sollte Ende 2009 in Kopenhagen zur Unterzeichnung führen. Ob die Ergebnisse den Herausforderungen gerecht werden, ist umstritten. Konkrete Höchstwerte für Emissionen wurden nicht festgelegt. Lediglich der Appell mit tiefen Einschnitten bei den weltweiten Emissionen zum Klimaschutz beizutragen, wurde aufgenommen. Es wurde ein UN-Klimaschutzfonds eingerichtet, der bei der Bewältigung von Folgen des Klimawandels Unterstützung bieten soll. Ab 2013 sollen waldreiche Länder die emissionskompensierenden Effekte ihrer Regenwaldgebiete im Rahmen des Emissionsrechtehandels an Industrienationen verkaufen können. Der Wald wäre damit vor Abholzung oder Rodung geschützt. Ein umfassender Technologietransfer in Entwicklungs- und Schwellenländern wurde vorgesehen. Allerdings blieb Bali hinter dem zurück, was von der internationalen Klimaforschung verlangt wird. 2008 Posen Die UN-Klimakonferenz in Posen fand vom 1. bis 12. Dezember 2008 statt. Sie diente der weiteren Aushandlung einer Nachfolgeregelung zum Kyoto-Protokoll, die 2009 endgültig beschlossen werden sollte. 187 Staaten haben an der Konferenz teilgenommen. 2009 Kopenhagen Auf der 15. UN-Klimakonferenz, die vom 7. bis 18. Dezember 2009 in Kopenhagen stattfand, konnte das 2007 vereinbarte Ziel, eine Nachfolgeregelung für das Kyoto-Protokoll zu beschließen, nicht erreicht werden. Stattdessen wurde vereinbart, die unverbindliche Kopenhagener Vereinbarung zur Kenntnis zu nehmen. 2010 Cancun Auf der 16. UN-Klimakonferenz, die vom 29. November bis 10. Dezember 2010 in Cancun, Mexiko stattfand, sollte der in Kopenhagen gescheiterte Versuch fortgesetzt werden, ein rechtlich verbindliches Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll zu beschließen. Der Gipfel endete mit dem Minimalziel, die Geltung des Kyoto-Protokoll bis 2012 zu verlängern. Beschlossen wurden außerdem ein Waldschutzprogramm sowie ein Hilfsfonds für Entwicklungsländer. 2011 Dörben Die UN-Klimakonferenz in Dörben begann am 28. November und sollte ursprünglich am 9. Dezember 2011 enden, da bis zum Schluss Uneinigkeit über das Abschlussprotokoll Verbindliche Absprachen sowie einen Zeitplan für einen neuen Weltklimavertrag herrschte, wurde sie auf den 11. Dezember verlängert. Zwar ist in Dörben eine Einigung erzielt worden, doch bleiben die Beschlüsse hinsichtlich der Umsetzung unverbindlich. Demnach sollte 2012 in Katar das Kyoto-Protokoll mit einer zweiten Verpflichtungsperiode verlängert werden und bis zum Jahr 2015 ein verbindliches Klimaschutzabkommen ausgehandelt werden, das 2020 in Kraft treten soll. Im Anschluss trat Kanada aus dem Kyoto-Protokoll aus 2012 Doha Die UN-Klimakonferenz in Doha 2012 vom 26. November bis 7. Dezember 2012 wurde als problematisch beschrieben. Laut Statistiken der Weltbank ist das Erdöl-Emirat Katar derzeit das Land mit dem weltweit höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf der Bevölkerung. Ergebnisse der Konferenz sind zum einen die erneute Verlängerung des Kyoto-Abkommens bis 2020. Und zum anderen soll 2014 eine Überprüfung der CO2-Reduktionsziele stattfinden. 2020 soll außerdem ein verbindlicher Weltklimavertrag für alle Länder vereinbart werden. Zur Finanzierung des Klimawandels wurden den Entwicklungsländern und den vom Klimawandel betroffenen Staaten finanzielle Zusagen in Höhe von 100 Milliarden Dollar zugesagt. 2013 Warschau Vom 11. bis 23. November fand die UN-Klimakonferenz in Warschau 2013 statt. Diskutiert wurde die Einteilung der Welt in Industrie- und Entwicklungsländer, da die Entwicklungsländer eigene Institutionen forderten. Des Weiteren wurde festgelegt, dass die Erwärmung der Welt nur 2 Grad Celsius betragen darf. Für die Entwicklungsländer konnten für das Jahr 2013 100 Millionen US-Dollar Unterstützung zugesagt werden. Sechs Fonds der UN unterstützen ärmere Länder im Bereich des Klimaschutzes. Nach einer Verlängerung der Verhandlungen um einen Tag konnten einige Bausteine für ein künftiges Klimaabkommens beschlossen werden. So wie ein weiterer Zeitplan bis zur COP21 in Paris. 2014 Lima Vom 1. bis 12. Dezember fand die UN-Klimakonferenz in Lima 2014 statt. 2015 Paris Vom 30. November bis 12. Dezember fand die UN-Klimakonferenz in Paris 2015 statt. Dort wurde als Nachfolgevertrag für das Kyoto-Protokoll ein neues Abkommen mit verbindlichen Klimazielen für alle 195 Mitgliedstaaten der UN-Klimarahmenkonvention vereinbart. Beschlossen wurde, dass die Erwärmung der Welt auf weniger als 2 Grad Celsius begrenzt werden soll. Die globalen Netto-Treibhausgasemissionen sollen hierzu in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts auf Null reduziert werden. Finanzhilfen für die Entwicklungsländer wurden ebenfalls vereinbart. Details hierzu auf die kommende Konferenz in Marrakesch vertagt. Als Sitzungszeiträume wurden bereits auf der Konferenz in Warschau der 2. 13. Mai 2018 und der 7. 18. November 2018 beschlossen. 2016 Marrakesch Die COP22 wird vom 7. 18. November 2016 in Marrakesch, Marokko stattfinden. Chronologie Siehe auch Als Klimagipfel oder Klimakonferenz werden auch weitere Veranstaltungen bezeichnet. Der Ban Ki-moon-Gipfel, ein von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon organisierter Leaders Climate Summit im September 2014 in New York. Die mindestens zweimal jährlich stattfindenden Vorbereitungskonferenzen zu den Klimagipfeln am UNFCCC-Sitz in Bonn. Der Petersberger Klimadialog, ein informelles Treffen ausgewählter Staatschefs auf Einladung der deutschen Bundesregierung in Berlin.